Herzlich willkommen am Hockenheimring im schönen Baden-Württemberg. Wir sind heute hier beim Jim Clark Revival, besser bekannt als Bosch Hockenheim Historik. Wir zeigen euch heute 50 Jahre Motorsport und feiern gemeinsam 100 Jahre BMW. Der Dennis war der, der eingesprungen ist und gesagt hat, okay, wir schauen, dass wir das in kürzester Zeit rocken und dafür hat er eigentlich einen Applaus verdient. 50 Jahre Motorsport, 100 Jahre BMW, ein geiles Wochenende geht zu Ende. Viel Regen, viel Feuchtigkeit, aber trotzdem eine mega geile Stimmung, geile Atmosphäre und super geniale Bilder hier eingefangen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal wieder. Dankeschön. Höher, schneller, weiter ist ja das Motto der heutigen Sendung. Unser nächster Gast, der mag es lieber tiefer, schneller, breiter. Ich habe hier bei mir den Alex sitzen, den König aller Drifter. Morgen Leute von der Motorshow hier. Zurück am Stand von AP. Jetzt neben mir Joe von Tuning. Wir waren in Vegas, Flitterwochen und da kriegst du Flyer in die Hand gedrückt und da dachte ich mir, sammle ich die mal, mache Aufkleber drauf und Stickerbomb mir meinen Motorraum, mal was anderes. Das ist ja nicht so, dass ich im Lotto gewonnen habe. Ich musste mir das ja auch erarbeiten, erschrauben mit einem Freundeskreis zusammen. 330, wie fühlt sich das an? Krank. Also grundsätzlich sollte man von der Persönlichkeit immer eine eigene Persönlichkeit haben und nicht versuchen irgendjemanden nachzuahmen oder etwas darzustellen, was man nicht ist. Man muss einfach immer real bleiben. Musik 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 Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch viel Spaß mit dem Video, bis dann, ciao. Bis dann, ciao.